Yay! Hallo! Yay! Ja, willkommen zu einer weiteren kleinen, kleinen Quest. Diese Male von... Halt, 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 nein! Das gibt's gar nicht! Okay. Diesmal so eine kleine Quest, gebaute von... von Nikor. Endlich mal. Mich sehr nett von ihm, dass er mir das hat er gebaut. Ja, er sagte mir, äh... Die Quest sei in Wasser. Warum denke ich mal, dass es die nicht so sein wird. Er... Er hat die Diamanten gestorben. Er hat die Diamanten gestorben. Wenn er sie zum Spawn... Okay. Juhu... Äh... Dann würde ich mal sagen... Drei... Zwei... Eins... Da. Jetzt. Timer on. Was? 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 Okay. Alter, ist das nie... Okay, hier geht's nicht weiter. Oh! You are allowed to break life with lazily. Oh! 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 Let's do very nice from you, Nico. That you have me allowed that I have... That I may... Break... Lapis Lazily. Okay. Okay. Aber ich erkenne, aber die Schwierigkeit ist es ja echt mies. Es scheint ihm eine klassische Minecraft-Falle. So. Hier man... Was? Äh... Okay. Das... Äh... Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich hab... Ich hab jetzt gar nicht drauf... Ach ja, genau, er hat mir gesagt... Äh... Ich hab übrigens vier Minuten Zeit. Äh... Zwei Minuten sind die Krim. Äh... Was wir ja eigentlich auch schon an den... An den... Äh... Teil mal oben links in der Ecke... Ich hab jetzt nicht mehr gesehen, wie ich so viel Zeit hab... Nein! Scheiße! Oh geil! Aha! Äh... Äh... Okay... Nun ja... Ich würde mal sagen, zum ersten Mal... Habe ich... eine Quest geschafft. Die waren jetzt nicht so... sonderlich... kompliziert. Ähm... Das war ja diese hier, vier Minuten. Ich hab jetzt hier... Zwei... Zwölf... Und... Scho... Da ich ja jetzt noch Zeit habe... So konnte ich bin... Player... Und... Ich hab mal meine... Schönen ziehen... Wir warten hier rein... Ähm... Jo... Hier sind ja irgendwie nicht mehr... Aufgaben... Tja... Äh... Das war dann wohl eine einfache... Ich bin total glücklich so... Ich kann mal gucken... Ich bringe sie zu spawnen... Ja, wer denn? Ich geh mal hier noch mal ein bisschen runter... Ich geh mal hier noch mal ein bisschen runter... Guck mal nach... Ich geh mal hier noch mal ein bisschen runter... Guck mal nach... Herz Rangebahn... LiDurbetriere... Dann wird... Mögliche... Mal was nutzen... Blut... Ganz ganz witziges Erzählen... Ein... in eine Zeit... T. cap... ja das ging einfach ja ich wollte das lustiges erzählen und zwar wie damals ich werde jetzt einfach ein lustiges Video oben in die Ecke machen ich weiß auch schon richtig ich weiß schon was ihr denkt ja das ist eine extrem putzige Katze ich mag solche putzige Katzen und putzige Füchse ich mag putzige Katzen putzige Füchse oh und putzige Hunde und putzige Hasen und putzige putzige Putztiere putzige Putzfrauen mag ich auch putzige vorbei ja ich will euch jetzt auch nicht die Zeit stehlen Jo mal gucken da gibt es bestimmt noch ein paar weitere Videos äh jo bitte spieler jetzt und 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 in auch und